Ich habe euch ganz vergessen. Ich darf ja wieder Adventskalender auspacken. Ich war jetzt schon wieder so im Bastelfieber, dass ich das jetzt total vergessen habe. Kavey steht auch schon da. Und genau, jetzt schauen wir mal rein, was in der Acht drin ist. So lange ist ja bis Weihnachten dann gar nicht mehr. Fühlt sich auch so schwer wieder an heute. Da haben wir einmal ein Browsing-Puder. Sehr cool. Dankeschön. Und ja, was für eine geile Farbe. Ein Gel Nail Polish. Der ist ja mal cool. Die Farbe ist ja mal mega. Seht ihr das? Die ist ja mal echt wirklich cool. Dankeschön. Und dann haben wir, das fühlt sich an wie eine Schoki. Ich will das nicht kaputt machen. Ich muss. Und es ist eine Schoki. Oh, Joghurt. Oh, lecker. Dankeschön. Da freue ich mich aber. Und dann haben wir heute ein großes Päckchen. Fühlt sich aber mega leicht an. Wo habe ich denn meine Schere? Es ist viel Musgummi. Ich sehe Musgummi. Schaut mal. Sehr cool. Dankeschön. Oh, und was für geile Farben. Und so viel. Oh mein Gott, dankeschön. Da freue ich mich aber. Und dann haben wir noch ein paar Blätter. So ein paar Designpapierbögen. Das ist hübsch. Das gefällt mir sehr schön. Das ist auch hübsch. Du verwöhnst mich total an, Katrin. Das ist auch hübsch. Oh, das sind so schöne Farben. Oh mein Gott, ist das hübsch. Oh. Das hier, das ist auch schön. Und dann so orange. Oh mein Gott, du verwöhnst mich total. Dankeschön. So. Wie man sieht, ich bin am Basteln. Und genau. Das war es jetzt mit dem Adventskalendertürchen. Wir sehen uns dann später beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.